Hallo zusammen, heute ist Dienstag, Deutsch-Dienstag und deshalb gibt es ein neues Deutsch-Video. Heute mit fünf Wörtern, mit denen du dich immer gut ausdrückst. Schon mal vorweg, ihr müsst jetzt nicht permanent wie ein hochgebildeter Professor reden und im Alltag besonders schlau mit Fachwörtern um euch schmeißen. Das würde dann eher nach hinten losgehen. Aber Sprache sagt viel über uns aus, kann beeinflussen und manipulieren. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, das könnt ihr euch gerne nochmal ansehen. Und mit einem guten Wortschatz und anständigem Satzbau hinterlasst ihr auf jeden Fall einen positiven Eindruck. Habe ich positiven Eindruck gehört? Ja, also bei mir auf jeden Fall. Hallo Lisa. Gut, wer sollte das besser wissen als die Klugscheißerin? Schön, dass du heute beim Musste Wissen Deutsch zu Gast bist. Vielleicht nicht nur eine gute Gelegenheit, bei der Klugscheißerin Eindruck zu machen, sondern auch bei Lehrern und euren Klassenkameraden. Außerdem kann ein guter Wortschatz sehr hilfreich sein, um Fachtexte besser zu verstehen oder beim nächsten Bewerbungsgespräch zu punkten. Die deutsche Sprache umfasst inklusive Fachbegriffen und Dialektausdrücken etwa 400.000 Wörter. Ihr dürft mal raten, wie viele Wörter wir in unserem aktiven Wortschatz benutzen. Etwa 4000. Was? So wenig? Tja, naja, eine Boulevardzeitung sogar nur etwa 1500. Unglaublich. Aber an einem vielseitigeren Wortschatz kann man ja arbeiten. Los geht's. Um eloquenter zu werden, könnt ihr auch nach sinnverwandten Wörtern suchen und dazu ein Synonyme-Lexikon zu Hilfe nehmen. Synonyme? Das sind verschiedene Wörter, die für den gleichen Begriff stehen. Natürlich kann man nach sinnverwandten Wörtern auch im Internet suchen. Ein anderes Wort für eloquent ist... Ich hab eins wortgewandt. Ihr seht also, schon nach dem ersten Tipp seid ihr eloquenter geworden. Glückwunsch! Klientel. Schon mal gehört? Natürlich. Wer kennt diesen Begriff denn nicht? Jeder Laden, jede Disco hat eine bestimmte Klientel. Das bedeutet, um es unkomplizierter auszudrücken, eine gewisse Kundschaft. Der Begriff stammt ursprünglich vom lateinischen Klientela ab. Das waren die Schutzbefohlenen des römischen Patrons. Jede Disco hat eine Klientel? Müsste es nicht ein bestimmtes Klientel heißen? Nein. Richtig ist die Klientel, Lisa. Feminin, also Lisa. Hm, stimmt. Die Klientel. Wusstet ihr das? Sind diese Begriffe hilfreich für euch oder eher obsolet? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Diese neu erlernten Synonyme sind überhaupt nicht obsolet, sondern absolut adäquat. Gut, wenn du das sagst. Adäquat bedeutet angemessen. Renitent. Da sich dein Tischnachbar so renitent verhält, wird er vorläufig vom Unterricht suspendiert. Dieses Adjektiv bedeutet so viel wie aufsässig oder widerspenstig. Wer sich renitent verhält, widersetzt sich Befehlen, Regeln und Wünschen. Und suspendiert ist ja wohl klar, oder? Freigestellt. Eine einseitige Dienstenthebung. Er torpediert den Unterricht und damit eine gute Benotung. Torpedieren heißt übrigens etwas gezielt verhindern. Hier folgt auf das renitente Verhalten des Schülers seine Suspendierung, weil er den Unterricht torpediert. Und meines Ermessens nach wirklich ein paar Wörter, die euch professioneller klingen lassen. Ähm, du meinst deiner Meinung nach? Du wolltest dich wohl etwas professioneller ausdrücken, Lisa. Ja, dann bitte aber auch richtig. Es heißt nämlich meines Ermessens. Ohne nach. Nicht meines Ermessens nach. Meine Güte. Alles klar, Frau Klugscheißerin. Tja, naja. Würdet ihr gerne noch mehr dieser Wörter kennenlernen, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und an alle Klugscheißer unter euch, schreibt gerne noch mehr schlaue Begriffe in die Kommentare. Ich unterstütze das. Bis zum nächsten Deutschdienstag. Danke. Tschüss.